einen wunderschönen guten abend wünsche ich euch allen hier zusammen im community stream von satisfactory mit dabei der beutel der decker der einzigpartig der lp mit robin und co und die schnuten oder hallo sagen und heute rutschen wir zu beginn der folge direkt erst mal eine tod mal gucken wer der erste ist also wer brennt verliert ja hallo ist ziel runter 3 2 1 los das funktioniert ja ich glaube du musst direkt auf mir draufstehen und wie war das bei decker ich bin perfekt gelandet hinter dir hinter mir ja 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 rechts warte das ist nicht nett was das was ist das okay alles gefixt gar kein problem wir haben keine wachsmeer nein nein ich brauche jetzt auch so eine pistole ist ganz wichtig wenn ich erst noch mal rutschen reicht mir hat in der decker netterweise die rotoren mitgebracht die wir gleich benötigen jetzt war ich nur so eine knarre wir bauen hier so schön und ich muss außen rumlaufen die haben wir da die die falsche stelle für die rampe erwähnt so war das hier schwefe energie stoffen das war nicht hier dann muss hier armierpistole ist das das ding oder was genau und da drunter findest du noch mal einen ordner wo dann halt die munition dafür hergestellt wird aber dafür brauchst du nur stangen warte mal ich brauche dafür wie heißt das verstärkte eisenplatte und schrauben haben wir noch so was irgendwo ja haben wir ganze container voll hinten bei dieser großen riesen produktionen die lola und einzigpartig letzten zusammen erstellt haben vielen dank lieber decker also ich hoffe ich kann jetzt soweit pingen nicht wie weit kann robin pinkeln ich kann gar nicht so wie ich gerade gerne kotzen möchte wie ich sie gerne zeigen würde wo das ist vom lift aus nach südwest so ein bisschen diese große lange produktion kompass wirst du ja oben klarkommen denke ich mal da hinten müssten am ende der produktion noch container jeweils stehen wo einmal versteckte platten komplett voll drin ist und einmal schrauben komplett voll drin ist ich sehe von hier aus dem rack wie kriege ich denn jetzt die schrauben aus dem ding raus doppelt klick drauf dann hast du es im eventar die gehen hier rein ach nee ich bin am falschen container glaube ich dort du musst weiter als leuven doch ins meistens so habe ich viel zu viele schrauben aber egal es braucht bloß noch diese platten wo geht denn das zeug ich verstehe es geht rechts in dein inventar rein links ist das inventar von ich suche gerade die container weiste das sind irgendwelche rohre sind in hola 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 hier hier hinter dir hinter dir hier hier kommen wir mit verstehe es nicht verstehe es nicht und das weiß ich nicht verstehe was ach du hast du hast den trampolin fanden weggescheucht wenn man ihn von jetzt weg ich wusste ja gar nicht dass ich die rohstraufe einfach so von den bänden abnehmen kann also ja das haben wir ja auch schon sechs mal gesagt ja ja ihr müsst es mir mindestens sieben oder acht mal sagen heute das ist du kannst die rohstoffe direkt von den bändern nehmen ach scheiße ist wenn ich tot kann man bitte jemand unter die große lange rampe kommen und mich wiederbeleben danke wo genau liegst du denn genau unter der rampe an der klippe dran wir sind schon wieder am leben und jetzt töten wir erst mal weil er uns hier sabotiert sagt also ich wusste ja es wird bekloppt mit euch zusammen zu spielen andere sind jetzt nach elf von wahrscheinlich schon auf dem atom zeitalter angekommen während wir immer noch an der kohle rumwerkeln aber es macht spaß und das ist wichtig geht es noch weiter wir hatten hier die blätter einfach auf die rampe legt oder ist das durchgewachsen die linie einfach so rum wir warten darauf dass du mit einer kettensäge fertig bist oder mit deiner armierpistole fertig bist was auch immer gerade machst und ich habe nebenbei schon mal ein kohlekraftwerk gebaut einen kohle generator gebaut um euch den mal generell zu zeigen wie der funktionierten was wir dafür brauchen ich nehme mal an dass der beute wir gehen mal an der beute ist noch ziemlich weit entfernt ich komme jetzt die rampe noch die rampe noch da kommt da tatsache mit seiner das ist das ist der kai das ist der kai der da kommt oder kommst du die andere rampe hoch ich sehe dich gar nicht wir haben so viele wir haben so viele marken auch auf dem kompass schön dass wir kein später aus dem kompass heraus die marken entfernen das kommt aber erst noch dazu brauchen wir noch was bestimmtes dann ist es nicht überladen auf dem kompass ist dann sehen wir uns auf der karte schneller die macht ja voll den bogen man kann mit der gar nicht weit schießen ja kann man nicht das war gerade so schönes timing einfach die können auch aufzuschießen jetzt sind hier überall löcher in den rampen kann mir das mal jemand das ist nicht nett leute jetzt ist da die nächste weiter schluss jetzt hier wir wollen bauen und nicht abreißen so der kohle generator hier drüben ich nehme euch gleich die armierpastolen weg jetzt wird auf ihr seht hier hoffentlich so wie ich das auch sehe links eine runde öffnung rechts eine eckige öffnung nein das runde muss nicht ins eckige es ist kein fußball sondern rechts muss ein förderband mit kohle ran und links bei dem runden muss tatsächlich permanent wasser reinlaufen und zwar 45 m3 pro minute müssen rein das heißt wir brauchen eine eine wasserpumpe und eine pipeline die ausreichend für wasser anbringen jetzt muss ich erstmal gucken können wir überhaupt schon die wasserpumpe bauen oder müssen wir die doch erforschen die pipelines können wir schon liegen flüssigkeitsspeicher können wir auch schon bauen ja können wir doch wo ist denn die wasserextraktor bei produktion okay scheiße wir brauchen kupferblech wir brauchen sehr viel kupferblech wir brauchen sogar eine kupferblechproduktion weil wir sehr viel kupferblech für die ganzen pipes brauchen ja scheiße blöd vorbereitet weil zwischen den folgen albern wir natürlich rum und gleichzeitig ist der beutel heute auch ein bisschen im zugzwang im zeitzwang verdammt na gut wir wollen ja eher mal runterrutschen dann würde ich mich gleich noch mal um das kupferblech kümmern ich habe ich habe ich habe irgendwie hier gerade ja deswegen deswegen lacht jetzt so blöde ja sind du hast jemanden auf die sitzen jetzt wo sind jetzt in die flucht wo man noch mal runterrutschen oder nicht noch mal eine kleine rodelaktion machen muss ich bin schon drüben gleich beim hab also okay dann 321 los ich habe daneben geschossen verdammt das bringt er doch nicht im moment hoch ich fasse es nicht ich hoffe es gibt später nicht noch automatisch und weißt du was auch noch sich jetzt beutel es gibt später sogar spreng körper die wir per fernz und zünden können also es wird noch mäßig viel blödsinn getrieben aber natürlich wollen wir auch das spiel vorantreiben ein bisschen wir haben jetzt zum beispiel die aufgabe für die nächsten erforschungen natürlich erstmal noch ein paar sachen herzustellen und in den abzulegen beziehungsweise auch in den lift reinzulegen bestmöglichst alles in automatischer produktion ich würde schon mal ein bisschen holz reinlegen so was machen wir jetzt hier noch mal ich habe es schon wieder vergessen wir brauchen jetzt kupferblech brauchen wir jetzt sogar lech kupfererz oder nicht jetzt haben wir schon in der produktion ach so ja ja wir brauchen kupferblech um die extraktoren und die pipelines zu bauen so meinte ich das ey ich lag doch ich leg doch hier jetzt holz rein das macht das doch hinterm felsen das kann ja jeder so ich möchte auch eine aufgabe dann geh kupfer holen ja ohne scheiß wir brauchen jetzt mehr kupferleute ähm wir bräuchten auch generell hier hinten wo wir unsere bau container haben also hier für den ihnen der es immer vergisst äh beutel wäre ganz cool wenn wir dann da am ende rauskommen mit einem äh container der dann vorläuft immer schön mit kupferblech dass wir uns das immer hier rausziehen können das baumaterial und wie man nach kupfers gennt weiß er das hier zum beispiel auch noch gar nicht ne aber wie 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 ich auch nicht mehr soll ich aus meinem inventar wieder in diese kisten rein weil die sind ja automatisch immer voll äh du kannst es auch per drag and drop in deinen mülleimer unten rechts im inventar ziehen wenn du zu viel davon und was hast wenn der container voll ist dann kriegst du es halt nicht mehr rein weil voll ist voll voll ist voll okay das kenn ich wie war das nochmal mit dem scannen v gedrückt halten und dann kannst du das erz aussuchen oh das haben sie ja jetzt gleich gemacht mit radialrad das war schon immer so hm ich bin beim scannen umgefallen ich hab grad überlegt womit scannst du mit deinem ohr aufm oben okay also ich sehe 500 meter entfernung nach süd-süd-west sehe ich eine ungenutzte kupfer da möchte ich behaupten 200 meter in richtung unserer förderbänder hier hinten ist das nicht die für unser kupferdraht haben wir die nicht schon in benutzung ne guck mal ne die andere hier hinten bei der riesenproduktionsstätte ja das müsste die für unsere kupferdrahtproduktion sein wenn mich jetzt nicht alles täuscht ich kann aber gerne mal gucken also ich kann mich doch einfach täuschen dass das eine andere ist also ich sehe das hier oben noch dieses band steht still ja weil eben momentan nicht produziert wird weil alles fall ist achso achso also nehmen wir doch lieber in die richtung eine das heißt jemand müsste netterweise nochmal einen ähm mobilen miner vom hub mitbringen wenn grad jemand am ab dran sein sollte ich aber was soll denn da sein wenn ich mal blöd fragen darf da ist dann kupfer erst was wir umarbeiten können kupferbarren und aus dem kupferbarren machen wir kupferblech was wir wiederum brauchen für die wasserpumpen und für das ja du hast gefragt wie sehe ich das denn wie sehe ich das achso du musst v wie werner drückst du äh nicht v wie werner v wie virena drückst du hältst du auch gedrückt hältst du auch gedrückt und kannst im radialmenü äh aussuchen nach welcher ressource du gerade suchst das werden später noch mehr aber je nachdem wie weit wir forschen und dann machst du den scan auf kupfererd du lässt dann einfach nur v los und dann scannt er sofort holst du das ding rein oder was denn das ding dein den meiner die mobilen meiner ja deiner oder meiner na äh unser einer entschuldige schon wieder haha du blöder Beutel ich hätte sogar wirklich ne aufgabe für dich du könntest am ende deiner langen rampe die die irgendwann mal gebaut hast aus lange weile weil du die ganze welt zu betonieren wolltest oder einmal rumbauen wolltest da könntest du gerne mal ne rampe nach unten bauen ja das wäre ganz cool dann gucke ich jetzt nochmal nach was wir alles hier brauchen wer braucht denn jetzt den meiner noch den braucht irgendjemand der dann danke fürs umschießen der dann hinten die äh die den meiner bauen wird ihr hättet niemals diese waffen produzieren dürfen wieso du hast doch deine selbst produziert ich hab dir absichtlich keine gegeben ähm willst du wirklich au nein 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 guck mal wie ich hier dran oh das war's nein ähm Robin soll ich ganz am ende die rampe nach unten bauen oder was oder hier irgendwo mittig jetzt scann mal nochmal nach dem kupfer erst weil ich glaube wenn du es ganz am ende runter baust dann kommen wir zu weit hinten raus mit der rampe hey ich wollte doch gar nicht mit eisenplatten 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 gas geben im bau und jetzt hier ja ich versuche es schwer aber auch gefehler machen ja du hast immer ein fehler ja hängt ein freundes leben dran verstehst du das du so weit er macht da eins richtig pass auf er hat eine knarre ich auch aber er hat sie nicht in der hand liebe zuschauer wenn ich vorstellen darf äh sit und beutel in kombination we haben zu wenig Schokolade als Kinder was ist denn das hier was ist das es sind zwei kupfer vorkommen verdammt aha ich nehme mal ganz stark an dass wir nicht zufälligerweise zwei meiner bei haben sit das ist eine blaue schnecke die kannst du einsammeln aber rein zufällig nein äh schade aus der schnecke kannst du nämlich später sogar äh batterien pressen die die leistungsfähigkeit von den dingern erhöhen ah sit hat neue freunde gefunden lass ihn mal lass ihn mal das macht der das muss er selber kennenlernen lass ihn mal machen ich lasse mein kumpel nicht in stich wo ist er ach quatsch wir können ihn doch wieder beleben wir können ihn doch wieder beleben mensch super der rollt das schwein runter ha 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 und sie weiter nicht sind sondern wird euch das schwein was da schon getötet wurde von sit so was hätte du das noch nicht die pistole für die viecher tausend voll easy also wo ist das schwein hin die drecksal die sau das dritte hat was wir machte so wohin jetzt mit dem einer verdammte haxt wo stelle ich dann jetzt den meine hin also wie wie kann ich das abbaue ich bin ein bisschen tof ich habe getrunken die richtung ist also hier ist es oder was warum hat er jetzt kein farben riechen hello warte mal sind du wirst du dich auf dem kompass warte ich ping mal geht da nicht auf den kompass der geld schon da dankeschön ein küssen aufs bisschen der decker will sich mit einschleimt oder was alles gut ich kann nicht wiederbeleben ja ich glaube das server ist abgeschmiert ich kann nämlich auch nichts essen du drück mal noch mal enter du wirst ein bisschen zu oft hinterher vielleicht ist es mir von passiert ich war dann irgendwie nicht in mich stellen damit ich das auch spüren kann die wiederbelebung ja der server steht leute jetzt abgeschmiert haben noch mal ein spiel ich glaube ein spielupdate kam ja es kam spielupdate leute ich habe gerade ein update hier dann wird die folge heute ein bisschen kürzer passiert ist bitte nicht aufnehmen den mitspieler nicht joinen die ip-adresse wird nicht verraten das machen wir dann mit den mitspielern wenn sie aus rekrutiert wurden oder heraus rekrutiert wurden aus den leuten die sich anmelden wer zu den nächsten abmoderieren und tschüssi verabschau dich doch mal bitte zum abschied sage ich leise kürzere folge wir gucken aber morgen eine längere folge hinbekommen tschau